Also, da sind wir wieder. Masamoto ist gerade wiedergekommen, genauso wie ein Element, der gerade kam. Äh, haben wir schnell getötet. Sind zwar gestorben, höchstens ich, aber ich hab ihn getötet. Ich auch. Haha, du bist auch gestorben. Okay. Gut, wir wollten da vorne weitermachen. Oh, Zucker war. Wo vorne weitermachen? Hier weitermachen. Achso, genau. Wir haben jetzt übrigens fünf Strings. Gut. Ein Wassereimer. Okay, eins weiter. Was ist das? Okay, eins weiter. Was ist das? Toll. Okay. 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 So. Ungefähr. Okay. 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 irgendwie fände ich so ein counter cool wie viel holz man zum beispiel schon gefällt hat oder wie viele cobblestone schon abgebaut hat und so was hast du gesagt habe ich gerade nicht verstanden irgendwie finde ich so ein counter cool der anzeigt wie viel cobblestone wie viel holz und so weißt du schon abgebaut hat ja das ist echt ganz gut fertig mit dem ob ich habe ja nicht nur genug koppel koppelküste das reicht mir nicht die sind nicht klein bei mir jedenfalls sonst bringen sie nicht so viel vielleicht gibt es auch schon viel bessere techniken als die die ich gerne machen aber das ist die die ich seit jahren nutze okay ich Denkst du, das funktioniert, Masemoto? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, wie du es dir gedacht hast. Ich habe es mir so gedacht, dass die Monster halt hochgespült werden quasi. So wie bei Bloodmagic. Bloodmagic? Ja, so wie du es bei dem Bloodmagic Alter immer machst. Hä, da sind sie doch oben und fallen runter, oder nicht? Ich dachte, die werden immer hochgespült bei dir und fallen dann wieder runter. Ja, so kann ich es auch machen, aber ich will nur, dass die hier... Äh, ich mache es ja sonst eigentlich nie mit Spinnen. Hier mache ich es mit Spinnen. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Geht das, wie ich es mir gerade denke? Das war cool. Ich glaube schon. Das ist ein Quarkate. Ich gehe jetzt nicht. Ich gehe es mir damit. Ich gehe es mir einfach nicht übersid. Ich gehe es mir einfach nicht überschneiden. Ich gehe es mir mit Spinnen. Ich gehe es mir einfach nur. Es gehe ich mir einfach. Aber es gebe es mir einfach nicht. Aber ich kann schon mal nicht über die Spinnen. Und wenn es das Spiel bitert, Es ist Nacht, spawnen da oben Viecher. Wo? Bei dem. Also ob da welche spawnen, hab ich gefragt. Achso. Ich seh keine. Schade. Nö, ich seh immer noch keine. Hm. Und immer noch? Immer noch keine. Und jetzt? Nö. Und jetzt? Nö. Ich hör auch keine. Hm. Und jetzt? Nö. Oh. Und jetzt? Ja, eins. Und das heißt noch hoppla. Das nervt die ganze Zeit. So. Wieso? Ich glaube, ich will das alleine machen. hätten wir Fackel halt doch mitspielen lassen müssen aber dann würde er ja immer nutspielen ich meins so wie quasi so aushilfearbeiter ja 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 Vielen Dank. 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 Oh ja, da ist ein Skelett. Vielen Dank. Ja. Ähm... ... 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